Nimm eine dir bequeme Sitzposition ein. Eventuell, wenn es für dich bequem und angenehm ist, vermittelt dir deine Sitzposition auch ein gewisses Gefühl von Wachheit und Klarheit. Und dann schließe deine Augen. Lenke deine Aufmerksamkeit zunächst nun auf die Empfindungen in deinen Händen. In deinem Gesicht. Brustkorb. In deinen Bauch. In deinem ganzen Körper. Bewerte aber nichts von dem, was du fühlst. Und ändere auch nichts. Nehme nur wahr und spüre, was dort zu spüren ist. Beobachte auch deine Gedanken, wie sie permanent kommen und gehen. Akzeptiere deine Gedanken so, wie sie sind, ohne sie zu werten. Beobachte nur. Lenke deine Aufmerksamkeit nun auf deine Atmung. Achte auf deinen Atem, wie er einfließt, deine Lungen füllt und ausfließt. Wer durch deine Nase einfließt und umgekehrt wieder ausfließt. Richte deine Aufmerksamkeit so konzentriert wie dir möglich nur auf diesen einen jeweiligen Atemzug. Atemzug auf Atemzug. Fühle dich klar und erfrischt. Und öffne deine Augen. Andrew